Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Meinathlet-Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist der Physiotherapeut Maik Emmerich. Maik arbeitet seit vielen Jahren als Physiotherapeut mit verschiedensten Leistungssportlerinnen und Leistungssportlern zusammen und produziert darüber hinaus gemeinsam mit seiner Frau, der Top 100 Meter Hürdensprinterin Pamela Dutkewicz-Emmerich, den Sprechstunden-Ancut-Podcast. Und aus diesem Grund hatte nicht nur ich, sondern auch ihr jede Menge Fragen an Maik. Deshalb wird es nicht nur eine, sondern gleich drei Folgen mit ihm geben. In der ersten Folge geht es unter anderem darum, in welchen Bereichen ein Physiotherapeut eigentlich helfen kann. Es geht um die häufigsten Beschwerden von Leistungssportlern und was man gegen diese machen kann. Ist auch vielleicht noch ein Irrtum, denn viele haben Thema Kühlen. Wenn ich schon einen Riss habe, hat man eigentlich eine recht kurze Zeit nur, da spricht man so von einer Minute, wo Kühlen tatsächlich sehr, sehr sinnvoll ist. Ja, und dann wirklich richtig kühlen, mit einem Eispack auch kühlen. Wenn man diese Minute überschritten hat, blutet es schon in das Gewebe ein. Und dann bringt Kühlen erstmal wenig. Eigentlich gar nichts. Eigentlich ist es kontraproduktiv. Deswegen mein, und das versuche ich auch immer den Leuten, mit denen ich dann zusammenarbeite, auch immer klarzumachen, wenn ihr irgendwelche, egal ob es jetzt ein Beuger ist oder muskuläre Verletzungen habt, das Wichtigste ist erstmal Kompression. Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurter Main. Herzlich willkommen, Mike. Hallo Benni. Vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Mike, meine erste Frage ist meistens, wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen? Bei dir ist sie natürlich, wie bist du Physiotherapeut geworden? Ja, wenn ich jetzt erstmal mit der Physiotherapie beginne, war es tatsächlich so, dass ich selber über Verletzungen, über verschiedenste Verletzungen zur Physiotherapie gekommen bin und da so diese Faszination zum ersten Mal gespürt habe, wie es ist, wenn man selber total down ist. Der Sport war auch meine Leidenschaft und deswegen hat das auch so einen psychischen Knacks bei mir hinterlassen. Und mein Physiotherapeut war derjenige, der mich auch komplett aufgebaut hat und der mich jeden Tag motiviert hat, doch wieder was zu tun und mich zurückgeführt hat auf den Platz als Fußballer. Und ja, das hat mich dann damals schon so fasziniert, wo ich dann gesagt habe, boah, das wäre definitiv auch ein Beruf für mich. Wo ich dann letztendlich aber sagen muss, ganz zur Physiotherapie bin ich dann gekommen, als ich, ja, ich war ein nicht so guter Schüler, habe dann zum zweiten Mal mein Abitur nicht geschafft und meine Eltern mich dann vor die Wahl gestellt haben, Junge, du musst auf jeden Fall was machen und dann ist mir so der Geistesblitz gekommen, ich gehe zur Physiotherapie. Und das war dann so der entscheidende Moment, wo ich gesagt habe, ja, Physiotherapie ist was für mich und seitdem brenne ich dann auch für die Physiotherapie. Du hast gesagt, du hattest viele Verletzungen als Fußballer. Wie lange warst du als Fußballer aktiv und auf welchem Niveau hast du damals gespielt? Ich habe in der Jugend eigentlich in der höchsten Liga dann gespielt damals. Das war dann noch damals die Regionalliga, haben den Aufstieg in die Bundesliga verpasst und habe dann Fußball gespielt, bis ich 20 war. Und habe dann aber, also in früheren Jahren hatte ich schon mehrere Muskelfaserrisse, auch ein Muskelbündelriss. Später dann habe ich meine Karriere dann wegen drei Meniskusrissen beendet, die dann sehr, sehr viel Zeit auch in Anspruch genommen haben in der Reha-Phase, wo ich dann sehr, sehr viel Zeit mit meinem Physiotherapeuten dann auch damals verbracht habe. Und irgendwann habe ich dann aber gesagt, so, jetzt ist dann doch auch Feierabend. Und da hatte ich dann auch schon mit der Ausbildung begonnen und habe dann auch so gemerkt, okay, mit dem Fußball komme ich auch nicht weiter. Also lege ich dann doch auf die Sachen Wert, die ich auch eher beeinflussen kann und die auch nachhaltiger sind für mich. Das waren auch einige Verletzungen, die du jetzt aufgezählt hast. Genau, das ist auch das Schöne daran, dass ich mich in die Situation von den Sportlern oder von meinen Patienten auch reinversetzen kann, dass ich die andere Seite auch kenne, wie es ist, verletzt zu sein, wie es ist, erst mal psychisch auch down zu sein und dann aber wieder die Freude an Bewegung an der Reha-Phase bekomme beziehungsweise dann auch, wenn ich sehe, es geht Schritt für Schritt weiter auf den Platz, wieder zur Alterstärke. Und ja, das ist die Faszination, die auch einen großen Teil der Physiotherapie dann ausmacht. Und seit wie vielen Jahren bist du jetzt schon als Physiotherapeut aktiv? Ich habe mit der Ausbildung 2010 begonnen und habe, das ist eine dreijährige Ausbildung, die ich dann durchgemacht habe, dann 2013 das Examen gemacht und beschäftige mich also jetzt so seit zehn Jahren sehr, sehr intensiv mit der Physiotherapie, habe danach aber auch noch, weil es ist nicht nur mit der Ausbildung getan, habe auch noch mehrere Fortbildungen selber gemacht, gebe jetzt seit drei Jahren auch eigene Fortbildungen und ja, quasi Physiotherapie ist das ganze Leben quasi irgendwie. Von morgens bis abends bin ich damit irgendwie in Konfrontation beziehungsweise habe damit zu tun und es macht nach wie vor sehr, sehr viel Spaß. Also es ist im Prinzip kein Job, wo man dann im Prinzip um 16 Uhr Feierabend nach Hause geht und das Ganze vergisst bis zum nächsten Tag. Ja, vor allen Dingen bei mir dann im Speziellen nicht, weil ich als freier Mitarbeiter tätig bin, sodass ich quasi meine Arbeitszeiten auch selber gestalten kann und das heißt, ich habe auch teilweise Arbeitstage von zehn, elf, zwölf Stunden, das kommt dann auch schon mal vor und dann letztendlich auch noch mit meiner Frau, zusammen mit Pamela Dudkiewicz-Emmerich, wie man sie jetzt auch nennen darf. Ja, geht es dann doch häufig zu Hause dann auch mal weiter, dann gibt es auch selten, sage ich mal, ein Wochenende mit Sportlern, wo man jetzt komplett seinen Beruf auf Seite legen kann und wo man komplett Feierabend hat und sagt so, jetzt ist wirklich mal gut, da geht es dann tatsächlich auch mal wirklich auch bis spät in den Abend. Selbst auch wenn man auf Trainingslager unterwegs ist, dann sind häufig auch die Behandlungszeiten bis, ja jetzt nicht tief in die Nacht, aber so bis zehn, elf Uhr sind dann keine Seltenheiten, dass die Behandlungen so lange dauern. Und hast du so ein Problem? Aber es macht wirklich weiterhin super viel Spaß, es ist eine Leidenschaft. Also es ist tatsächlich, Beruf kommt ja auch von Berufung und ich finde, es ist wirklich eine Berufung. Du hast es ja jetzt auch schon ein Stück weit angesprochen, Physiotherapie geht es ja eigentlich eher um die Physiologie, um den Körper, aber ich habe so den Eindruck, dass auch sehr, sehr viel die Psyche da eine Rolle spielt. Siehst du das ähnlich? Ja, total. Also ich meine, es gibt auch so eine gewisse Frustrationsschwell, beziehungsweise so einen Motivationsknick würde ich es eher mal bezeichnen. Wenn man erst mal verletzt ist und dann, das kennen sehr, sehr viele, dann ist man wirklich erst mal am Boden zerstört. Und da ist einfach der erste, beziehungsweise gut, meistens geht man dann zum Arzt, dann ist aber so der zweite Anlaufpunkt quasi mit einem fachmännischen Physiotherapeuten, dass man mit dem sehr, sehr viel Zeit dann auch verbringt. Und da muss ich dann auch als Physiotherapeut dem Patienten, dem Sportler dann auch, ja, ein gutes Gefühl auch wieder geben, dass er wieder wirklich diesen Spaß, diese Motivation, diese intrinsische Motivation bekommt, um wieder dahin zu kommen, wohin er möchte. Egal, ob es jetzt dann auf den Leistungssport bezogen ist oder bei einem Patienten, der ein neues Knie bekommen hat. Dann kommen wir jetzt noch mal kurz zurück zur Ausbildung. Wie sieht die denn aus? Also, dass du da vielleicht mal so einen kleinen Überblick verschaffen kannst. Ja, also es gibt mittlerweile in Deutschland zwei Ausbildungssysteme, beziehungsweise das eine ist die Ausbildung an sich, die man auch so kennt. Das ist eine dreijährige Ausbildung an einer, entweder an einer staatlichen Schule oder an einer privaten Schule. Das habe ich dann auch gemacht, diese dreijährige Ausbildung, in der man einmal theoretischen Unterricht hat, aber auch praktischen Unterricht, in der man auch in Kliniken geht, auf verschiedenen Eben arbeitet, mit verschiedensten Patienten in Kontakt kommt. Und was aber jetzt auch mehr und mehr im Kommen ist, ist das Studium des Physiotherapeuten. Da kann man auch ein Bachelor- und Masterstudium machen. Und ja, da geht es auch noch mal um andere Schwerpunkte, natürlich auch um wissenschaftlicheres Arbeiten, um evidenzbasiertes Arbeiten. Letztendlich sollte man dann für jeden selber herausfinden, was man vielleicht dann auch später braucht, wohin man auch möchte. Wenn man auch in die Forschung möchte, macht es natürlich deutlich mehr Sinn, auch ein Studium durchzuführen. Aber wie gesagt, bei mir war es die Ausbildung, mit der ich auch sehr, sehr zufrieden war. Und dann kommt es später dann wirklich noch mal darauf an, was macht man dann auch für Fortbildungen. Wenn man dann auch in den Sportbereich möchte, gibt es spezielle Fortbildungen, die man besuchen kann, wo man dann, ich sage mal, seine Fähigkeiten, die man in der Ausbildung gelernt hat, aber noch mal spezifizieren kann. Und eigentlich da fängt so diese richtige, das Arbeiten an, wo es dann auch so richtig Spaß macht, so in diesen Nuancen, in den Details zu arbeiten. Was waren da so die ersten Fortbildungen, die du nach deiner Ausbildung gemacht hast? Also ich muss sagen, ich habe alle meine Fortbildungen eigentlich Richtung Sport ausgerichtet. Deswegen habe ich direkt angefangen mit der manuellen Lymphdrainage. Das ist eine Fortbildung, die geht über vier Wochen am Stück, war es bei mir. Und das habe ich direkt vor meinem ersten Arbeitstag schon erledigt gehabt, weil es einfach so ein langer Zeitraum ist. Es gibt mehrere größere Fortbildungen. Und so eine Lymphdrainage kommt dann doch auch immer wieder vor, dass, ich sage mal zum Beispiel, ein Gelenk gespollen ist, wo dann auch eine Lymphdrainage sehr effektiv wirken kann. Aber auch zu Regenerativen kann so eine Lymphdrainage sehr, sehr effektiv sein. Und dann ging es dann recht schnell zu sportspezifischen Fortbildungen. Es gibt den Sportphysiotherapeuten, der auch nochmal unterteilt wird in der Physiotherapie. Es gibt so einen kleinen Sportphysi, dann gibt es so einen Basissportphysiotherapeuten, der dann auch zum DOSB Sportphysio anerkannt wird. Das heißt, das ist so die größte Fortbildung im Sport für den Sportphysi, den man machen kann. Das ist die Fortbildung zum DOSB, also Deutscher Olympischer Sportbund des Sportphysiotherapeuten. Und die habe ich dann auch, glaube ich, 2018 oder 2017, habe ich da dann die Prüfung da abgelegt. Und wie sieht das während der Ausbildung aus? Ist das mit Vergütung oder zahlst du für die Ausbildung, zahlst du für die Weiterbildung? Kannst du da so einen kleinen Überblick schaffen? Ich musste tatsächlich für meine Ausbildung bezahlen. Das ist aber jetzt seit mehreren Jahren schon gekippt. Also es gibt eine Schulgeldfreiheit. Das heißt, man muss nicht mehr dafür bezahlen, außer für vereinzelte private Schulen. Für die meisten muss man aber nichts mehr bezahlen. Man bekommt, beziehungsweise jetzt ist das berufspolitisch in der Diskussion, dass man für die Zeit, die man dann auch im Krankenhaus arbeitet, dann auch eine Vergütung bekommt. Aber das ist, also wir sind erst mal sehr, sehr froh, dass der Beruf des Physiotherapeuten erst mal unentgeltlich, also erst mal nichts kostet. Und ja, alles Weitere wird man dann sehen. Auch das Studium muss man halt dann auch Studiengebühren bezahlen, wie bei jedem anderen Studium auch. Aber hast du noch so einen groben Überblick, was du für deine Ausbildung damals bezahlt hast? Boah, für die Ausbildung in den drei Jahren würde ich jetzt grob schätzen, vielleicht 12.000 Euro. Und dann alles, was dann darauf aufbaut, also die ganzen Fortbildungen muss man dann auch noch mal selber zahlen. Wenn ich das mal jetzt grob überschätze, also mit Sicherheit so ohne Hotelkosten und so, mit Sicherheit 20.000, 25.000, irgendwas dazwischen wahrscheinlich schon. Das ist schon ordentlich. Aber da ist im Prinzip heute schon ein großer Teil, den man da heute nicht mehr zahlen müsste. Genau. Die Schule muss man heutzutage dann definitiv nicht mehr zahlen, der größte Anteil. Und in welchen Bereichen kannst du als Physiotherapeut denn genau helfen? Boah, sehr, sehr viel. Also wenn man jetzt erstmal den allgemeinen Physiotherapeuten sieht, hat man, und das dachte, oder anders, ich dachte eigentlich, als ich so mit Physiotherapie in Berührung kam, dachte ich, der Physiotherapeut ist auch nur für Sportler an sich auch da oder für orthopädisch-chirurgische Patienten oder Probleme. Wurde ich dann eines Besseren belehrt in der Ausbildung, weil der Physiotherapeut ist in vielen anderen Bereichen auch noch tätig, in der Neurologie, in der internistischen Medizin, in der Gynäkologie, Pädiatrie. Also in allen medizinischen Bereichen ist der Physiotherapeut aktiv und kann auch helfen, sodass man da sehr, sehr weitreichenden Einfluss auch haben kann. Aber wenn ich jetzt mal so auf meinen Bereich dann auch gehen kann, auf den ich mich spezialisiert habe, dann ist es natürlich einmal die Regeneration von Sportlern, auch von Patienten nach Einheiten. Wenn man jetzt dann doch mal so eine klassische Massage einfach mal nimmt oder so eine Nachwettkampfmassage oder so eine Regenerationsmassage, da kann man dann doch auch sehr, sehr guten Einfluss auf eine Regeneration haben. Aber es geht dann auch so Richtung natürlich Rehabilitation. Ich meine, letztendlich kommen weniger Patienten auch zu mir und sagen, okay, ich möchte jetzt mehr regenerieren, sondern mehr in eine Rehabilitation gehen. Das heißt, die haben ja irgendwelche Probleme oder Schmerzen häufig. Ja, ja, also Schmerzen sind gang und gäbe. An sich geht der Patient ja auch erst mal zum Arzt, weil er ein Problem hat. Meistens sind es dann einfach Schmerzen. Und da sind wir dann auch gefragt, dem Patienten dann zu helfen. Dann geht das auch so Richtung funktionelle Problematiken. Also wir haben auf der einen Seite so strukturelle Verletzungen, wie ich sage mal so einen klassischen Muskelfaserriss. Das ist eine Struktur, die verletzt ist, die hat ihre gewisse Wundheilungsphasen, die sie durchläuft, eine gewisse Reha-Zeit auch, die sie braucht, um wieder funktion oder funktionell zu werden, damit man da einfach wieder keine Probleme hat. Aber es gibt dann auch so funktionelle Problematiken, wie zum Beispiel so Statikprobleme. Ich meine, viele Sportler haben eine sehr, sehr hohe Spezifik und dementsprechend eine sehr, sehr hohe einseitige Belastung. Ich sage mal so ein Weitspringer, der immer nur mit einem Bein abspringt, der muss sein Sprungbein auch anders noch mal trainieren. Eine Hürdenläuferin oder ein Hürdenläufer, der verdreht auch immer wieder sein Becken. Und dementsprechend muss man da auch immer wieder ein Auge drauf haben, wie belastet er auch seine Beine. Aber auch, wenn man jetzt, sage ich mal, einfach nur Runden läuft, so ein Mittelstrecke- oder Langstreckenläufer, der sehr, sehr viele Runden im Stadion läuft, kommt es dann auch immer dazu da, dass der Körper in den Kurven seinen Körper ja auch immer wieder ausgleichen muss. Und auf Dauer verändert das dann auch noch mal die Statik. Und daher kommen dann sehr, sehr viele muskuläre Probleme, auf die ich dann auch wieder, oder wo ich dann auch da bin, um diese Statikprobleme auch auszugleichen. In Klammern, wenn man sie dann möchte, wenn ich jetzt so eine Hürdenläufe oder Hürdenbewegung mal mir vorstelle, und ich möchte dann diese Beweglichkeit vielleicht dann wieder komplett herstellen, beziehungsweise entgegengesetzt mobilisieren, ist die Frage, ob das dann nicht das Gefühl dann wiederum verändert. Also da ist das immer so eine Bewegung auf Messerschneide, was dann auch wirklich sinnvoll ist für den Sport. Aber was dann zum Beispiel auch immer wieder ein großes Thema ist, ist Ansteuerung von Muskeln. Warum ich bestimmte Muskeln auch nicht ansteuern kann in einem gewissen Bewegungsmuster? Hat das irgendwelche Probleme oder irgendwelche Hintergründe, Ursachen vom Rücken oder hat das irgendein nervliches Problem, dass der Nerv den Muskel nicht ansteuern kann? Oder, oder, oder. Also dann geht es dann auch Richtung Verletzungsprophylaxe natürlich. Dann ist auch immer wieder ein Feld, wo wir dann auch mal ein Stabitraining mit Sportlern auch machen können oder mit Patienten, aber auch ab und zu mal beim Krafttraining mal mit drüber schauen und unsere Expertise dann dazu geben. Also es ist super vielfältig, was ein Physiotherapeut auch machen kann. Also du bist dann tatsächlich auch mal in den Trainingseinheiten mit dabei und schaust dir das dann live mit an? Ja, also insbesondere jetzt bei Pam auf jeden Fall. Da schaue ich mir auch mal bestimmte Videos auch an und spreche da auch mit ihr drüber, was dann da auch ihr Körper mal macht. Natürlich spielt da auch, der Biomechaniker analysiert das ja auch nochmal anders oder der Trainer analysiert das anders, auch mit anderen Augen, wie ich dann zum Beispiel. Aber auch so bestimmte Übungen gebe ich dann auch den Sportlern auch immer wieder an die Hand, wie sie bestimmten Ausgleich doch wieder herstellen können oder bestimmte Stabi-Übungen. Da ist dann auch nochmal so ein kleiner Irrtum von vielen, dass viele meinen, sie machen sehr, sehr viel Stabilisation. Dabei kräftigen sie an sich sehr, sehr viel. Also da muss man auch so ein bisschen das Ganze sehr, sehr spezifisch mal angehen und spezifisch betrachten, weil dann häufig so ein Klassiker ist, so ein Bauchtraining. Viele meinen, sie könnten auch, sie trainieren Bauch. Dabei trainieren sie ganz, ganz viel den Hüftbeuger und wundern sich dann, dass sie dann doch irgendwann im weiteren Verlauf Rückenprobleme bekommen. Hast du da so eine spezielle Übung im Kopf, die da oft gemacht wird? Ja, ich sage mal so die klassischen Sit-Ups. Okay. Die klassischen Sit-Ups, die man macht, wenn man sich das jetzt vorstellt, man liegt auf dem Rücken, die Beine sind angestellt oder sind leicht aufgestellt und man geht quasi mit dem Oberkörper komplett nach oben bis zu den Knien. Ja. Wenn man sich das jetzt einfach mal anatomisch mal herleitet, macht die Bauchmuskulatur eigentlich nur etwas für den Rumpf. Das heißt, ich rolle mich quasi im Rumpf nur ein. Und dann kann ich gar nicht diese Bewegung komplett nach oben bis zu den Knien machen, weil das passiert alles nur aus der Hüfte raus und das kann nur der Hüftbeuger tun. Natürlich muss meine Bauchmuskulatur das Ganze halten und deswegen spüren die meistens auch oder viele spüren das dann auch im Bauch. Aber die Bauchmuskulatur ist einfach schnell überlastet, weil sie das Ganze halten muss. Und wenn man jetzt die Bauchmuskulatur reinkräftigen müsste, müsste man sich quasi vom Kopf her einrollen und dann kommt man gar nicht so weit nach oben. Also den Oberkörper komplett einrollen und nicht den Oberkörper nach oben kommen. Also könnte man sagen, dass reine Bauchmuskelübungen von der Bewegungsausführung oder von der Bewegungslänge eher kürzer sind? Also dass man da niemals den Oberkörper weit anhebt, sondern dass die Strecke, die man sich bewegt, eher kurz ist? Total, total, weil viele kompensieren das einfach aus dem Hüftbeuger. Ich meine, klar, Sprinter brauchen auch einen guten Hüftbeuger, aber der ist sowieso durch ihre Belastung gut trainiert. Aber wenn ich den dann noch weiter trainiere und ich möchte eigentlich den Gegenspieler, die Bauchmuskulatur trainieren, funktionell gesehen, dann ist das nochmal so ein bisschen sehr, sehr konträr. Ja, also dann sollte man schon mal auch mit einem Fachmann drüber sprechen, was trainiere ich dann auch überhaupt? Man kennt ja zum Beispiel diese klassischen Sachen auch, man hängt sich an eine Stange und man hebt dann die Beine hoch. Ja, genau. Ich meine, klar muss dann auch die Bauchmuskulatur das Stabilisieren, dieses Hängen, sonst würde man komplett, ja, oder die Anspannung muss man natürlich auch durch die Bauchmuskulatur halten. Aber wenn man die Beine auch, ich sage mal, im schlimmsten Fall dann noch gestreckt hochnimmt oder anbeugt, trainiert man an sich total den Hüftbeuger und ganz, ganz wenig nur die Bauchmuskulatur im eigentlichen Sinne. Das heißt, da ist dann auch nochmal so zu sehen, was möchte ich wirklich dann trainieren und da mit einem Physiotherapeuten nochmal drüber zu sprechen, was möchte ich eigentlich erreichen? ist dann sehr, 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 sehr wichtig, weil wir doch nochmal andere Blicke haben, ein physiologisches Wissen, anatomisches Wissen, um dann auch einfach, ja, die Leistung des Sportlers dann zu verbessern damit. Und vor allen Dingen die Stabilität, weil im Rumpf muss man natürlich stabil bleiben. Daraus, aus dieser Stabilität passieren alle anderen Bewegungen und das ist das A und O. Was sind denn aber so die häufigsten Beschwerden bei Leistungssportlern, mit denen du zu tun hast? Ja, da muss man dann so ein bisschen differenzieren, welche Sportart macht der Sportler? Also Läufer haben mit Sicherheit häufiger eher mal Probleme im Bereich Achillessehne, auch Gelenke, weil die ja auch ständig unter Belastung sind mit ihren großen Wiederholungszahlen bei den langen Läufen. Bei Sprintern sieht das Ganze dann auch nochmal etwas anders aus. Die haben ja ganz andere Intensitäten, das heißt, da geht es dann auch wirklich eher mal mehr auch Richtung Rücken, weil der Rücken dann diese großen Stabilitäten auch aushalten muss. Wenn man jetzt mal mit einem Werfer spricht, der hat mit Sicherheit häufiger auch mal Schulter. Ich betreue auch Schwimmer, die haben definitiv weniger was mit den Füßen zu tun, sondern die haben auch mehr Schulter- oder Rückenprobleme. Also Rücken ist ein sehr, sehr zentrales Thema. Ich meine, der Rumpf, der muss sowieso stabil sein, der muss gut, man muss die Muskeln gut ansteuern können, damit man, wie ich eben schon gesagt habe, mit den Extremitäten, mit den Armen und Beinen quasi die Bewegungen ausführen kann, die man tatsächlich dann auch möchte. In dieser Spezifik, in dieser, wirklich in diesem Detail oder in dieser detaillierten Bewegung. Und das sind dann schon, also Rücken ist wirklich so ein sehr, sehr zentrales Thema. Und dann kommt es wirklich dann auf die Sportart an. Natürlich, wenn man jetzt an schnellkräftige Bewegung oder schnellkräftige Sportarten dann auch denkt oder Disziplin denkt, dann hat man doch häufiger auch mal muskuläre Probleme, dann auch Muskelverletzungen. Aber so an sich würde ich sagen, so Rücken ist so, ja, 60, 70 Prozent der Behandlung eigentlich ein Thema. Selbst wenn man auch Probleme an der Schulter hat oder am Knie hat oder so, kann man über die Ketten, kommt man doch immer wieder auf, also über Muskelketten oder so, kommt man doch immer wieder auf den Rücken drauf zu, weil das einfach so ein zentrales Thema ist. Über wie man Beschwerden im Rücken oder im Rumpf vermeiden kann, haben wir uns ja schon eben so ein bisschen unterhalten durch, ja, Stabilisationstraining. Aber was sind denn so Punkte? Ich sage jetzt mal, die Achillesszene ist natürlich auch was, womit viele zu kämpfen haben, auch Sprinter. Was kann man denn da machen, um Beschwerden da vorzubeugen? Ja, ich sage mal, das Problem ist immer, woher kommen diese Probleme? Das heißt, ich muss das Ganze erst mal erörtern, wo liegt die Ursache? Ja, und dann kann ich erst eine richtige Behandlung draufsetzen, natürlich dann eine gezielte Behandlung draufsetzen. Ist es dann eher ein Statikproblem? Ist es dann eher ein muskuläres Problem? Gleicht der irgendwas mit dem Fuß aus? Kann so ein Fersenbein nicht richtig bewegen? Ist es vielleicht auch der Schuh? Ist es der Untergrund? Weil nicht jede Bahn, nicht jede Tatanbahn ist gleich. Es gibt ja unterschiedliche Härten. Dann verträgt ja eine das mal mehr, mal weniger. Also da muss man erst mal erörtern, wirklich woher kommt es, dann die Ursache natürlich bekämpfen. Wenn du mich jetzt so generell auch fragst, was man so machen kann, ist natürlich das Ganze immer wieder elastisch halten, die Stoffwechselprozesse anregen. Sprich, immer wieder so ein bisschen stretchen, das, was wir eben schon mal angesprochen haben, aber dynamisch, dann gibt es bestimmte gute Tools, wo man die Durchblutung davon auch hochhalten kann mit so einem Flossingband. Das ist so ein Latexband, womit man das quasi einwickeln kann. Das kann man, ist anfangs sehr, sehr komprimiert, also komprimiert das Ganze. Man macht damit ein paar Bewegungen und dann wickelt man das schnell aber wieder ab und dann fließt das ganze Blut wieder zurück. Damit hält man dann die ganze Durchblutung da hoch. Dann ist aber auch ein Thema bei der Achillessehne immer wieder dieses exzentrische Krafttraining. Also Sehnenproblematiken kann man sehr, sehr gut auch mit exzentrischem Krafttraining beheben beziehungsweise lindern. Exzentrisches Krafttraining, also es gibt muskelphysiologisch, gibt es Konzentrik und Exzentrik. Konzentrik ist immer das Gewinnen gegen einen Widerstand oder gegen die Schwerkraft. Und Exzentrik ist quasi das Verlieren. Das heißt, wenn ich mich dann zum Beispiel auf eine Treppenstufe stelle mit meinem betroffenen Bein, dann gehe ich ganz langsam runter auf meine Zehen. Also wenn ich mit meinem Vorderfuß auf einer Treppenstufe stehe, gehe ich ganz, ganz langsam runter, sodass dann die Ferse irgendwann unter meinem Vorderfuß hängt. Hat man es verstanden? Ja, ja. Und dann drücke ich mich mit dem anderen Fuß wieder hoch, sodass ich reine exzentrische Bewegungen mit dem Fuß dann durchführe. Da hat man sehr, sehr gute Erfolge. Dann kann man natürlich auch, das ist immer wieder ein großes Thema auch bei Sehnen, weil die an sich recht schlecht versorgt sind. Sie auch immer wieder Ernährung, genügend trinken. Ja, also das Feld ist da sehr, sehr weit. Also auch die Ernährung spielt da mit eine Rolle? Total. Ich meine, das, was man in sich reinwirft, damit muss der Körper arbeiten. Und wenn man sich jetzt wirklich nur Mist reinpfeffert, dann kann man da, kann der Körper nicht die entsprechenden Stoffe hinsenden, die er dann zur Heilung auch braucht und zur Unterstützung. Und das ist vor allen Dingen bei sehnigen Problematiken, die sowieso schon schlecht mit Nährstoffen versorgt sind, ist das dann auch nochmal ein zentrales Thema. Und du hattest eben noch angesprochen, bei Werfern, da ist die Schulter ein häufiges Problem. Was sind denn da, ich sag mal, Übungen oder auch Mittel, um da Verletzungen oder einfach Beschwerden vorzubeugen? Ja, bei der Schulter kommen wir dann wieder an oder auf Stabilisationstraining. Jetzt muss man da zu sagen, in der Schulter, die Schulter ist ja ein sehr, sehr mobiles Gelenk. Wir haben da ein sehr, sehr großes Bewegungsausmaß. Wenn wir jetzt mal an die Sperrwerfer denken, wie weit die ihren Arm auch nach hinten bewegen können. Das hat ja auch seine Gründe, auch anatomisch hat das seine Gründe, warum sie das überhaupt können. Es ist ein sehr, sehr muskulär geführtes Gelenk, sodass wir das Ganze stabilisieren können oder müssen vor allen Dingen, sehr, sehr gut stabilisieren müssen, damit diese Muskeln ineinander, man spricht dann auch von Koordination, von einer intermuskulären Koordination, also die Koordination zwischen mehreren Muskeln quasi, gut abläuft, sodass die Schulter einfach gut in ihrer Pfanne letztendlich läuft, sodass dann da einfach wenige Reibungspunkte entstehen, sodass da wenige Überlastungsschäden dann sind. Weil zum Beispiel es gibt, wir haben an der Schulter, haben wir eher einen Kopf, einen Oberarmkopf, der oben an dem Schulterdach dran hängt, sage ich mal. Und dazwischen laufen bestimmte Strukturen, so die bekannteste Struktur ist auch, das ist ein Schleimbeutel oder so die Supraspinatus-Szene, hört man auch häufig. Und wenn dann dieser Raum dann enger wird, aus bestimmten Gründen, das kann auch muskulärer Natur sein, dann kommt man da sehr, sehr schnell, oder kann man sehr, sehr schnell auch Probleme bekommen. Und da ist es dann dementsprechend so, dass man mit einem Physiotherapeuten vielleicht auch sprechen sollte, bestimmte Muskelgruppen zu trainieren, dass der Raum da oben auch wieder größer wird. Zum Beispiel gibt es so klassische Übungen von, also um die Schulter erstmal zu stabilisieren, der Rotatorenmanschette ist vielleicht auch dem einen oder anderen Begriff. Rotatorenmanschette gibt es sehr, sehr schöne Videos auch auf YouTube, die man sich dann vielleicht mal anschauen kann, wo man die Schulter damit stabilisiert. Dann ist aber auch ein gewisses Latissimustraining, wir kennen auch so einen Latzug, sehr, sehr wichtig für so Schulterprobleme, weil der Latissimus hinten den Oberarmkopf nach unten ziehen kann, sodass dieser Raum, den ich eben beschrieben habe, auch nochmal vergrößert werden kann. Genauso ist es mit Teilen der Brustmuskulatur. Das heißt, da sollte man einen gewissen Ausgleich dann bekommen dadurch. Aber ich denke mal, die Leute, die sehr, sehr viel auch damit zu tun haben, sprich also die Sperrwerfer oder auch Diskuswerfer, Kugelstoße, die machen das, denke ich, auch regelmäßig, wenn die auch ihre schweren Gewichte heben, dass sie dann auch häufig die Rotatorenmanschette vielleicht vorher auch aktivieren, sodass die Schulter auch stabiler ist und somit auch Verletzungsprophylaxe betreiben. Als ehemaliger Kurzsprinter muss ich natürlich noch eine Sache fragen. Muskelzehrung im Beuger ist, glaube ich, so eine Verletzung, die jeder Kurzsprinter irgendwann mal hatte. Was kann man machen, um dem vorzubeugen? Also was ist die häufigste Ursache für diese Verletzung? Und wenn es einen dann doch getroffen hat, was kann man dann in der Reha tatsächlich machen? Jetzt muss man noch mal so ein bisschen unterscheiden zwischen, meinst du jetzt tatsächlich Muskelzerrung oder eine Muskelfaserriss? Meistens ist es dann doch ein Muskelfaserriss. Also man hofft auf eine Zerrung, aber tatsächlich... Genau, weil da muss man dann auch wieder unterscheiden. Muskelzerrung ist an sich kein direktes Problem von einem Muskel, sondern das ist auch eher, wie ich eben schon mal gesagt habe, mehr so ein funktionelles Problem. Das ist ein Ansteuerungsproblem. Da ist der Nerv dann auch überlastet, sodass der Muskel dann die Probleme dann aufweist, sodass da keine strukturelle Verletzung ist. Bei einem Muskelfaserriss, so dem Klassiker, wo dann die Muskelfasern reißen, bei den Sprintern häufig wirklich der Beuger hinten. Ja, das ist... Ich sag mal, da kann man auch sehr, sehr früh sehr, sehr viel falsch machen. Ähm, so diese... Ist auch vielleicht noch ein Irrtum, ähm, den viele haben, Thema Kühlen. Ähm, wenn ich schon einen Riss habe, hat man eigentlich eine recht kurze Zeit nur, da spricht man so von einer Minute, wo Kühlen tatsächlich sehr, sehr sinnvoll ist. Ja, und dann wirklich richtig kühlen, mit einem Eispack auch kühlen. Wenn man diese Minute überschritten hat, blutet es schon in das Gewebe ein. Und dann bringt Kühlen erstmal wenig. Eigentlich gar nichts. Eigentlich ist es kontraproduktiv. Deswegen mein, und das versuche ich auch immer den Leuten, mit denen ich dann zusammenarbeite, mit denen ich zusammenarbeite, auch immer klarzumachen, wenn ihr irgendwelche auch, egal ob es jetzt ein Beuger ist oder eine muskuläre Verletzung habt, das Wichtigste ist erstmal Kompression. Das heißt, ich komprimiere das Ganze mit einer Bandage oder mit einem Tape oder was auch immer ich da habe, versuche ich da auf diese Stelle Druck zu bekommen. Dann, gut, läuft der Körper bestimmte Entzündungsprozesse, die man auch wiederum mit Ernährung, mit Trinken, wieder, ja, auch beschleunigen beziehungsweise nicht weiter hemmen kann. Weil wenn ich jetzt in einer direkt frisch verletzt, ich sag mal, ein Bierchen trinke oder Alkohol trinke, ist das natürlich für den Körper auch nochmal schädlich. Und genauso schädlich ist es dann auch für die Verletzung. Das heißt, in der ersten Phase ist wirklich dann die Kompression wichtig. Man macht als Physiotherapeut dann erstmal eine Nymphdrainage. Man kann aber dann auch in der ersten Woche schon anfangen mit bestimmten Übungen. Das geht dann aber so Richtung Stabilisationstraining auch schon. Man kann auch mit Muskeln ein gewisses Stabilisationstraining machen, so in geschlossenen Ketten. Das heißt, ich würde jetzt nicht in der ersten Woche zum Beispiel schon den Beuger isoliert an einer Maschine trainieren. Ja, in so einer Beugermaschine. Das wäre auch sehr, sehr kontraproduktiv. Aber wir wissen auch zum Beispiel auf einer Beinpresse, das meine ich dann so mit geschlossenen Systemen oder leichte Kniebeuge, wo ich was unterm Fuß habe. Ist zwar mehr für den vorderen Oberschenkel, ja, aber es gibt so, man spricht dann von einer Kuhkontraktion. Das heißt, der hintere Muskel, der Beuger, ist auch mit dabei. Das heißt, ich spanne ihn da auch schon mal mit an. Und das ist das, was er eigentlich ja auch später braucht. Und da ist auch nochmal häufig so ein Fehler, dass wir zu lange warten, bestimmte Strukturen zu belasten. Ein Muskel braucht bestimmte Informationen, damit er wieder optimal heilen kann. Und ein Muskel braucht die Information von, hey, ich muss später auch nochmal mich kontrahieren. Ich muss aber auch wieder auf Dehnung gebracht werden. Das heißt, ich sollte in der ersten Phase jetzt nicht isoliert den Muskel vielleicht dann kräftigen, wie ich eben schon gesagt habe. Ich sollte jetzt auch nicht maximal in die Dehnung gehen. Aber so ein entspannter Wechsel von Kontraktionen und Dehnung im schmerzfreien Bereich ist da sehr, sehr wichtig. Und das kann man sehr, sehr früh schon machen. Also ich bekomme auch schon häufig mit, dass auch Sportler zum Arzt gehen, haben Muskelverletzungen und der Arzt sagt erstmal vier Wochen gar nichts machen. Ja, das hört man leider noch sehr häufig. Ist die falsche Herangehensweise, weil wenn ich mir dann auch, wenn man sich dann mal überlegt, warum sind bestimmte Sportler, ich meine, Fußballer sind häufig in den Medien, warum sind Fußballer oder viele Fußballer nach einem Muskelfaserriss nach vier Wochen wieder auf dem Platz und spielen? Ja, mit Sicherheit nicht, weil die vier Wochen lang warten und dann sind sie wieder von null auf hundert. Nein, die fangen schon ab Tag eins kann man sehr, sehr gut das Ganze nachbehandeln oder ja, Ganze behandeln, sodass man nach wirklich vier bis, sagen wir spätestens fünf Wochen, wenn das Ganze optimal bearbeitet wird, dass man da wieder hundert Prozent leistungsfähig ist. Ja, das kriegt man sehr, sehr häufig mit, dass da eher dazu geraten wird, vier Wochen oder sechs Wochen überhaupt nichts zu machen, was dann aber am Ende wahrscheinlich häufig dann doch eher kontraproduktiv ist. Genau, weil dann kommen dann, okay, dann ist der Patient vielleicht erstmal damit zufrieden, weil der Arzt hat das ja gesagt und dann kommen die Leute aber nach vier bis sechs Wochen dann zu mir und dann sagen sie, ja, ich habe Muskelfaserriss vor der und der Zeit gehabt und jetzt sollen wir dann anfangen. Ich sage, ja, okay, wir können anfangen, aber an sich versuche ich ihm dann auch klarzumachen, man hätte auch viel, viel früher auch schon damit anfangen können und da sind häufig auch Physiotherapie oder die Möglichkeiten einer Physiotherapie häufig unterschätzt. Wir können wirklich ab Tag eins nach einer Verletzung schon sehr, sehr viel bewirken. In dem zugefällt mir auch ein, ich hatte im letzten Jahr keine Muskelverletzung, sondern ich hatte den Mittelfuß gebrochen gehabt und da war ich überrascht. Da sagte der Arzt zu mir in der zweiten Woche, dass ich zumindest zu Hause diesen Schuh, Aircast-Schuh hieß es, glaube ich, ausziehen kann und barfuß vorsichtig durch die Wohnung laufen soll und den Fuß dabei auch zumindest so leicht kontrolliert belaste. Einfach vor dem Hintergrund, dass die Muskulatur da in sechs Wochen nicht komplett verkümmert und die Sehnen sich zurückbilden und das war halt auch so absolut das Gegenteil von dem, wovon ich eigentlich ausgegangen bin. Also ich bin eher von diesen vier bis sechs Wochen den Fuß komplett stilllegen ausgegangen und hätte nie damit gerechnet, dass der Arzt sagt, nach Woche zwei laufen sie mal ein paar Schritte in der Wohnung. Also bei einer Fraktur ist es dann, es war wahrscheinlich ein anderer Hintergrund an sich. Also ich habe ja eben gesagt, so ein Muskel braucht einen physiologischen Wechsel von Kontraktion und Dehnung. Ein Knochen braucht aber Druck, um zu heilen. Das heißt, wahrscheinlich war das dann eher der Gedanke, dass du den leicht belasten sollst, damit der Knochen Druck bekommt, damit die Kalusbildung in Gang kommt, weil wenn man jetzt die ganze Zeit an so einer Frakturstelle die ganze Zeit dran ziehen würde, könnte dieser Knochen gar nicht heilen. Das heißt, wenn wir unterschiedliche Verletzungen haben von unterschiedlichen Strukturen, muss ich auch wissen, was brauchen diese Strukturen wieder, damit sie wieder optimal heilen können. Was ich auch ganz häufig bei der Zusammenarbeit mit Physiotherapeuten gemacht habe, waren keine statischen Übungen für die Rumstabilität oder für die Stabilität, sondern eher dynamische oder dass ich gegen Widerstände drücken musste und das im Prinzip so ein Spiel zwischen beiden war. Würdest du da sagen, das ist auch sinnvoller, um da eine vernünftige Stabilität aufzubauen oder wie schätzt du das ein? Total. Also wenn man jetzt mal wirklich von dem Wort Stabilität dann ausgeht, ist es eigentlich immer ein Reagieren auf. Wir reagieren, wenn wir ganz leicht umknicken, reagieren wir ja auch darauf und der Fuß spannt direkt in die Gegenspannung an. Dann sagen wir auch, oh, er ist gut stabil auch. Er kann sehr, sehr schnell darauf reagieren und deswegen sind solche Reaktionsspiele auch total wichtig und dieses, ich sag mal, diese statische, diese statischen Übungen, die wir vielleicht kennen, wenn man das Ganze jetzt mal auf muskelphysiologischer Ebene betrachtet, ist an sich auch keine statische Übung, weil da ist immer ein gewisser Längenunterschied und Tonusunterschied vorhanden. Das heißt so, diese statischen Geschichten existieren eigentlich nur in der Theorie, in der Praxis ist es nochmal was anderes, aber, und da kommen wir dann nochmal zu einem Thema, so diese Ansteuerung, das ist halt dann wichtig und wenn du dann gegen bestimmte Widerstände immer kurz anhalten musst und darauf, wenn man den Widerstand dann loslässt, dann die Stabilität hältst, musst du und bewusst dann auf die Reaktion quasi reagieren musst, das ist dann so richtiges Stabilisationstraining und das kann man ja auf unterschiedlichen Ebenen machen, das kann man mit einem manuellen Widerstand machen, mit einer zweiten oder dritten Person, das kann man aber auch mit unterschiedlichen Untergründen arbeiten. Da habe ich letztens ein Video gesehen von Thomas Röhler, der stand einbeinig auf einer Slackline und in einer Hand hielt er noch eine 10 Kilo oder ich schätze war eine 10 oder 15 Kilo Langhandelsscheibe und das war schon sehr, sehr beeindruckend. Ja und an sich muss da auch sein Körper immer wieder auf diese, auf das, auf das wackelige System reagieren und das ist dann einfach eine super Stabilisationsübung, also das ist dann extrem für den ganzen Körper. Natürlich kann man da auch nochmal spezifischere Übungen dann drauf setzen, eher auch für die untere Extremität, für Füße, für Knie, für Hüften, aber auch für den Rumpf und das ist dann, das ist dann schon High Level, muss ich sagen, wenn man das Ganze auf einer Slackline durchführen kann. Schon, also ich glaube, ich würde es da keine zwei Sekunden ohne noch ein Zusatzgewicht drauf halten und deswegen, das Video war schon sehr, sehr beeindruckend. Ich glaube, das war aber auch nicht so seine erste Übung, also das hat er wahrscheinlich schon länger dran geübt, bis er das dann auch so durchführen kann. Am Donnerstag erscheint bereits die zweite Folge dieses Dreiteilers. Wenn ihr die Zeit bis dahin überbrücken wollt, hört doch einfach mal in die aktuelle Folge vom Sprechstunde Uncut Podcast mit Mike und Pamela rein. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.